jo was geht ab leute wakes wieder am start und willkommen zu einem weiteren fifa bingo auf meinem kanal heute habe ich pro uns am start jo was geht ab leute pro uns ist auch am start und ihr seht die neuen kategorien um die es heute geht schon auf eurem screen eingeblendet ich denke da sind ein paar spannende sachen mit dabei und das spannendste das ist das blitz chaos ja man das blitz chaos einfach so wenn einer von uns beiden einen 90 plus spieler zieht hat man automatisch gewonnen egal wie viele steht wenn zum beispiel 6 hier für danny steht ich habe ein 90 plus spieler ziehe habe ich gewonnen ist auf jeden fall richtig spannend das macht es richtig spannend oder jetzt noch was dazu sagen das wird einfach richtig bockmann jedes mal wenn walkout kommt wird man direkt hoffnung haben dass es 90 plus ist denn dann hat man direkt gewonnen und ich denke wir starten direkt mal den counter ne ja ok starte den counter auf 3 2 1 go hast du ihn gestartet so ja der counter ist an 15 minuten haben wir jetzt zeit um unsere packs aufzumachen ja mal leute und lasst mal wieder einen daumen hoch für dieses fifa bingo da die gefallen euch einmal richtig gut wenn ich sehe dass ihr das immer noch feiert dann machen wir das öfters mal auch vielleicht mit danny öfters mal bin mal gespannt wie viele kategorien wir heute abschließen können ja gelbes trikot ist direkt am start gar nicht geachtet man ich hatte da auch eben trikot drin bitte war es kein gelbes das ding ist ich habe gesehen dass es dortmund ist und ja aber dort weiß mal bescheid also entweder gelb oder schwarz wird schon sein heute müssen auf jeden fall wieder walkouts und so gezogen werden special karten dann wird auf jeden fall hier wieder rasur das wird wieder richtig heftig hier kommen 89 tempo landen die kategorien sind aber schon nicht so easy muss man sagen aber wir werden schon das pack lag denke ich auspacken immer etwas schwerer machen aber dann freut man sich umso mehr wenn man eine abschließt so habe ich mir das gedacht ist auf jeden fall richtig nice so finde ich kommen irgendwas muss doch direkt am anfang drin sein gelbes trikot ne ja bei dir bro bei mir kommt das ist ja erst die erste minute um ganz entspannt ganz easy ganz easy 1 0 für dich da hole ich noch easy auf mann nein uh freshes pack eigentlich das ist ein pack was gar nichts bringt ja ich würde dann am ende noch ein bisschen black screen einfügen oder damit man nicht direkt gespoilert wird 91 tempo ich hab 90 tempo gerade was ich hab 90 gehabt oh mein gott beide so knapp an der 92 gewesen ist doch unfassbar aber egal es wird noch es wird noch was freshes kommen ich hab's im gefühl auf jeden fall leute bei den fifa bingos ihr kennt das irgendwann kommt auf einmal immer aus dem nichts und richtig krasser spieler deswegen es lohnt sich auf jeden fall bis zum ende dran zu bleiben wieso hallo hallo was los geht das ist glaube ich aufgehangen der nice hey hey stop stop ich kann nicht mehr öffnen ganz ehrlich gar nichts machen was los ok mach mal den timer auf stop wir müssen schnitt machen echt ok das funktioniert wieder wir starten auf 3 2 1 go wieder den timer warte pack mein fifa hat sich einfach aufgehangen eben ganz kurios ganz kurios und ich hab wieder einen nonray gezogen das kann doch nicht wahr sein was war da eben los ich hab coins gezogen aber nur 500 wir brauchen ja mindestens 3000 damit es zählt by the way jungs ich habe jetzt meine free sets die ich hatte alle eben kurz beim cut geöffnet weil es besteht ja diese legende dass wenn man free sets hat dass man dann in den anderen sets nichts gutes mehr zieht das ist jetzt bei tim irgendwie anders ich habe auch free sets ich ziehe aber alles irgendwie ja aber keine ahnung ich glaube da jetzt einfach mal dran so ich habe 2 83 in einem set man jay will mich doch richtig verarschen ich ziehe einfach nichts grad wie kann das sein sonst habe ich immer packlack ich habe einfach immer packlack außer jetzt grad das kann nicht sein was ist hier los wenigstens ein free pack oder so könnte ich jetzt noch mal ziehen und die pipe 90 tempo man wieso alles immer so knapp das kann nicht sein nicht mal gelbes trikot habe ich gezogen was ist hier los warte mal hat die füße jetzt kommt ein november spieler bitte sein heftig das ist ronny 79 was soll das eben rede ich über mein pack lag und da ist ja oh mein gott fast noch ein 92 tempo daneben martial mit 91 das hört zu krass holy shit alter aber ich habe wieder mein pack ausgepackt ein november spieler habe ich schon mal wie viele kategorien hast du jetzt eine eine november spieler eine kategorie man ich glaube ich hatte einen free pack bisher aber ich habe ganz vergessen dass es die kategorie gibt ich bin mir halt jetzt nicht mehr sicher ob das ist oh shit ich habe verkackt neuer was ist das ein wecker das war mein wecker wecker um 14 Uhr ja weil um 14 Uhr mein neues video online kommt okay leute gestern das video habt ihr gesehen um dass es gerade geht beziehungsweise nicht um gestern wann hatte ich dieses fifa bingo überhaupt hoch irgendwann ganz anderen zeitpunkt aber mal sehen was ich jetzt noch ziehe eben eine fucking november karte man es muss wieder was heftiges kommen come on eine kategorie habe ich jetzt das kann doch nicht wahr sein geht mir genauso man steht 1 zu 1 richtig knapp hier richtig knapp und jetzt geht es weiter free pack oder coins eins davon kriegt man noch eins davon kriegt man safe und man kriegt sogar noch mehrere sachen wie viel zeit haben wir eigentlich noch dann zehn minuten zehn minuten noch guck mal wie viel wir da noch schaffen können wir können noch komplett fast alles schaffen von dieser liste außer so der 90 plus der wird glaube ich richtig hart ja aber dafür hat man dann halt das blitz ko das lohnt sich dann schon das lohnt sich dann schon echt ich bin mal gespannt wann der erste workout kommt weil die workout verfeiert man sich immer am meisten die workout dieses jahr generell immer zu krass wenn die animation schon ein bisschen länger lädt oder das pack ein bisschen länger lädt man weiß direkt bescheid man freut sich aber schon komplett so ist es läuft bei jedem der auch zuguckt was ist los es kann nicht sein come on ich glaube in den nächsten drei packs ich habe irgendwie im gefühl dass in den nächsten drei packs irgendwas drin sein wird zählt das als rotes trikot ja das zählt das zu 90 prozent rot ich habe das gelbe trikot was laber ich da was laber ich ich will mir schon einreden dass ich eine kategorie schaffe weil ich gar nichts bekomme ein free pack da haben wir es 2 zu 1 ja ich bin mir zu 90 prozent sicher dass ich vorhin auch schon eins vergessen hatte aber egal ich habe ja die kategorie jetzt so oder so unfassbar bei solchen sachen habe ich immer glück wenn es um gute spieler geht dann ziehe ich mir nur scheiße also fix coins und so gelbe trikots krieg immer oh was ist das ich habe coins warte nein 3k ich hatte eben 1000 aber das war viel zu wenig weil wir brauchen 3000 mindestens 1000 habe ich jetzt auch aber das ziel oh 93 tempo ja mann 2 zu 2 ne welche spieler hast du ja ja izquierdo so ein ganzbluff spieler 77 ganzbewertung die gesamte wertung aber hauptsache die kategorie ist abgeschlossen man freut sich sogar wieder so in spielern fifa bing und das ist einfach unfassbar und ich hatte einfach noch kein 84 plus ich auch nicht mann die kategorie könnte man auch voll einfach bekommen ja eigentlich schon 84 ist doch nicht schwer oder das ist echt nicht schwer eigentlich kommt das in jedem zehnten pack oder so ja normalerweise jetzt kommt es einfach gar nicht aber mal sehen wir haben ja noch genug zeit um hier noch ein bisschen was abzuschließen mit dem pavillen wappen was soll ich da pack mal jetzt auch ein bisschen peckluck aus denn hier jaaa jungen ich geb mein bestes kein einziges special cartoon es würde schon reichen wenn eine 84er da so kommen würde das wäre schon krass für meine verhältnisse 84 krass für seine verhältnisse 84 wäre schon sowas wie workout bei mir würde ich schon feiern direkt ja mann jawohl so james james bringt mir doch immer glück diesmal nonware die maria bringt doch immer pech komm diesmal vielleicht mal was nein nonware junge der bringt ehrlich immer pech man hälfte der zeit ist um hälfte der zeit siebeneinhalb minuten sind um oh fuck ich guck auch mal kurz auf meinen timer ja mann ist richtig eng hier bitte mann kommt noch ein paar kategorien gehen junge so macht packs öffnen doch keinen spaß mann mann will krasse sachen ziehen check das doch mal EA check das doch mal EA nicht so ein quatsch wie hier grad sowas will man echt nicht ziehen das ist echt low so oh hier könnte ein 84er drin nonware kennst du es wenn es so ein bisschen länger lädt aber dann doch ein nonware kommt ja aber das sind immer nonware wenn es ein bisschen länger lädt als bei normalen packs dann ist es ein nonware und wenn es ganz lange lädt dann ist es ein workout ok ok dann weiß ich jetzt auch bescheid dann könnte das hier wieder nonware werden das wird ehrlich ein nonware ey ich glaube das funktioniert ehrlich so wie du das da denkst ja sag ich das oh mein gott alter jetzt kann man sogar noch die nonrares erkennen oder was ja ja bald weiß man alles mann bald weiß man echt alles bald kann man schon vorher erkennen aus welchem Landtagspieler kommt oder so die Turbe wieder 290 Tempo das habe ich jetzt schon abgeschlossen was soll ich damit ich hab wieder ein gelbes Trikot das bringt mir auch nicht so viel kann ich skip jetzt wenn jetzt ein guter Spieler da ist hab ich Frust ne das ist auch nicht sowieso nicht ich kann machen was ich will man ich mach jetzt nen Nosepack einfach so aus Hoffnung einfach so aus Hoffnung Nosepack ja ich hab wieder 1000 Coins Leute aber ihr kennt das bei den FIFA Bingo so wie eben bei den Movember Spieler ich hoffe gleich kommt noch was und ich denke es kommt auch gleich noch was wir haben ja noch genug Zeit bleibt auf jeden Fall mit ohhhh 92 Tempo allein dass ich mich über sowas freue ich dachte jetzt hast du nen Innenform oder so und dann kommt der mit 92 Tempo an typischer Dandy mann oder so Leute bitte 90 plus oder so einfach Blitz K.O. hier machen wie viel hast du 2 oder ich hab 2 2 zu 2 stehts oder ne 3 zu 2 3 zu 2 jetzt oh mein Gott es kann nicht wahr sein es kann echt nicht wahr sein es kann nicht wahr sein das ist ein Special Cut lol 93 Tempo jetzt wieder 92 Tempo jetzt zieht man den dauerhaft obwohl man die nicht mehr braucht hab ich einfach noch kein gelbes Trikot gezählt Leute äh gezogen schreibt das mir mal in die Kommentare als ob ich keins gezogen hab ja safe du hast nicht drauf geachtet die letzten 5 Minuten sind angebrochen komm in diesen 5 Minuten muss zumindest eine Special Cut oder so noch kommen easy 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 ja ich glaube auch eigentlich 93 Tempo schon wieder mann wieder ein gelbes Trikot die wollen mich richtig flachsen gib mir das mal darf ich das mir aufschreiben nein lass nicht vielleicht gewinne ich ja obwohl ich nur Kacke ziehe das wäre auch lustig das wäre auch richtig das wäre mal ein kurioses FIFA Bingo wenn er so gewinnt ohne eine Special Cut ich hab ein Free Pack boom 3 zu 3 3 zu 3 wieder alles spannend gemacht jetzt braucht man doch wieder irgendwas Gutes oder 3k Coins 3k Coins oh 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 non rare alles hat wieder ein bisschen länger geladen ja komm einfach so Frust man denkt schon es lädt lange man denkt schon Walker und dann kommt non rare bra das Schlimmste was kommen kann richtiger bra moment und kein gelbes Trikot so komm auf Ansage 91 Pace nice auf Ansage 84 plus wird das gleich entscheiden Engel wird einfach einen 84er kriegen und dann ist durch boah wenn das jetzt gleich wirklich entscheidet ne wenn ey das wäre hart wenn ein 4 alleine alleine dass wir in der Zeit keinen 84er hatten einfach umfassbar ne wie viele Packs empfinden die eigentlich und kein 84er locker das ist schon broke keine Ahnung wie viele Packs sonst wirklich in jedem ich hatte eine Movember Karte ne 79er Gommis diesen Stürmer da ja ok ja ok ich dachte schon Movember Karte hat ja eigentlich 84 save aber da gibt es ja doch ein paar die noch ein bisschen schlechter sind so man zieht schon eine Movember Karte hat ein 79er what the fuck eigentlich müssen 84 schon save drin sein aber jubi ehrlich ich hatte noch gar keine Movember Karten ich habe für 500 Euro oder so schon zu den Movember Karten geöffnet ich hatte schon unzählige man 10 Stück mindestens so schlecht mal komm meine Bilanz ist einfach zu gut deine Bilanz ist glaube ich echt zu gut ich ziehe auf einen Account der 004 hat Leute macht eure Bilanz schlecht dann zieht ihr auch gute Spieler ist so ich ziehe nie wieder auf diesem Account man ja ihr hat da so ihre Taktics ist so ist so gute Leute kriege ich nicht aber wer weiß ob das auch nur ein Mythos ist mal schauen vielleicht gibt mir Hurricane jetzt jemanden ey das ist wahrscheinlich so ein Mythos wie mit den Füßsets ich habe jetzt eben alle meine Füßsets eingelöst und trotzdem kam nichts aber ich habe ja jetzt schon wieder ein Freeset ne das was ich eben für dieses Bingo bekommen hab deswegen ist schon wieder das Packlack nicht am Start die scheiß Freeset deine Theorie ist so broke man Junge meine Theorie mit den Non-Rares lag auch richtig also komm mal runter ja mal sehen alles hat so seinen Sinn alles hat so seinen Sinn wie lange haben wir noch Junge warte zweieinhalb Minuten ich habe jetzt schon dreimal tausend Konz gezogen zweieinhalb Minuten noch ja aber das zählt ja leider nicht man muss schon dreieinhalb Minuten ja blöf man ich habe auch schon ein paar mal tausend gehabt komm ich ziehe jetzt richtig durch Leute ich mache jetzt Highspeed Packs Boom Skip Highspeed Packs ich will irgendwas ziehen warm weg damit Lego Lego tausend Coins schon wieder ey ich weiß gar nicht mehr wie es sich anfühlt mit gute Karten zu ziehen solange hatte ich keine gute Karten mehr ja blöf du es auch immer diese elf Inform Packs und so ja gut das ist was anderes er weiß nicht wie es sich anfühlt zieht nur Sanchez Inform und so ja das ist was anderes Bro das nächste weiß nicht Packs die man nicht bezahlt hier sind auch wieder besser als Packs die man bezahlt hier da kommt schon wieder die nächste Taktik ja man heute ist der wie auf Theorien jagt oder so ja man richtiger Illuminati ich mache einfach ich bringe ein Buch raus mit allen Tricks so zu FIFA 17 mit allen Verschwörungstheorien und so ja man also demnächst bei Amazon wie heißt das ja ok chill mal jetzt ja dank Amazon und so ja labert komplett müllig 9,99 nur auf ganz billig ja man ja man ok jetzt guck mal ich zieh schon so müll ich rede über Bücher was ist hier los skipp einfach boom skipp ja 84er ey Draxler mein Pack lädt nicht hehehe ey bitte warte dass wir surfen oh geht doch gg viel lange noch viel lange noch eine Minute komm na auf Ansage hab ich nicht gesagt 84er entscheidet das chill mal ich mach ein Blitz K.O. chill mal chill mal chill mal chill mal ich hab so viel Selbstvertrauen gerade ich brauch gar nicht mehr Selbst öffnen ich hab schon gewonnen eigentlich chill mal ich zieh gleich noch 90 plus einmal Blitz K.O. aus dem nichts einfach am Ende ich kenn das immer am Ende kommt noch irgendwas freshes come on come on come on bitte wie lange noch na 40 Sekunden 40 Sekunden viele Packs kann man in der Zeit noch aufmachen na kommt drauf an wenn alles gibt es vielleicht noch ein Stück sagen wir jetzt noch 5 Packs jeder ok 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 jeder noch 5 Packs Leute jeder noch 5 Packs mal sehen ob noch was drin ist mal sehen ob noch was drin ist schon wieder 1000 Coins nein das kann ich skippen oh shit Leute das wird auf jeden Fall jetzt nochmal richtig spannend hier rotes Trikot ich brauch aber ein gelbes Trikot man wow das hast du immer noch nicht ich hab das immer noch nicht ok 3 Packs nach diesem noch 3 Packs hab ich nach dem hier noch wenn ich jetzt ein gelbes Trikot ziehen sollte ist das Bingo unentschieden ausgegeben das gab es glaube ich auch noch nie das ist ein tiefer Bingo unentschieden ausgegeben wir haben dann immer Verlängerung gemacht so auf Golden Goal wer zuerst irgendwas hat der hat gewonnen ok wollen wir das dann auch wieder machen ja lass das machen aber du kriegst ja eh nix mehr nach dem Pack hab ich noch ein einziges das letzte Pack von mir wird jetzt gleich aufgehen Leute wenn ich jetzt nicht mehr ziehe hab ich dieses Bingo verloren dann hab ich dieses fucking Bingo verloren soll ich mir jetzt auch beim allerletzten Pack Lego bitte bitte ein gelbes Trikot wenigstens bitte da ist ein Non-Rest drin lass wenigstens ein gelbes Trikot drin sein wieso lädt das Pack so lange wieder die A7 haben heute drauf hab ich das Gefühl nur Müll schon wieder nur Müll 92 Tempo aber bringt halt nichts kein Plan für mich ist das Ding durch ich hab 4 Sachen insgesamt ja ich hab 3 du hast 4 zu 3 gewonnen in diesem Bingo man ich hab einfach kein 84er Plus gezogen wie kann das sein Leute egal lasst trotzdem einen Daumen hoch da wenn ihr mehr Bock auf FIFA Bingo von uns beiden habt checkt doch die Episode von Danny ab die ist oben verlinkt und willst du noch was sagen Bro? nö nö das war's von den Jungs wir sind raus Leute ciao letztes Pack Walkout Spaß okay Peace 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 Peace